...hierer als Juniorin bei einem Interviews-Pokal. 82 war das in Tbilisi mit einem ersten Platz. Und ihn wiederholten sie dann auch nochmal im Jahr darauf in Storlo-Eggersøk, in Ungarn, ebenfalls erster Platz. Also sie hat hier vordere Plätze bei Interviews-Pokalen schon gepachtet. Untertitelung des ZDF, 2020 ...Hierer als Juniorin bei den Storlo-Eggersøk, in Ungarn, 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 in Ungarn.